Industrie 4.0 Airbus Printed Electrics von Airbus begegnet Komplexität, Gewicht und Kosten mit passgenau gedruckter Elektrik. Das Drucken von Kabeln ermöglicht nicht nur den Ersatz in ihrer bisherigen Form, sondern greift den Trend der Elektrifizierung des Flugzeugs auf. Die Innovation macht das Gestalten von individuellen Konfigurationen an Bord möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017